Einsatzziel Berta erobert. Irgendwo ist doch hier der Feind. Der Feind in der Auto. Da ist er ja. Und da hinten nimmt er mir auch noch irgendwo ein Aarung. Da war er direkt hier vorne. Da war ich nicht irgendwie aus dem Korb raus. Alles klar. Aber das war auch irgendwie gar nicht so die Klasse, die ich spielen wollte. Ich wollte eigentlich hier meinen Bratatat nehmen. Ja. Meinen Bratatat. Und zwar den da. Kann ich jetzt wenigstens einen Trupp wählen oder so? Nehme ich einfach den. Jetzt haben sie nämlich auch neu gemacht in den... Ich mach mal schnell. In den... Also bevor es losgeht hier halt. Dass man so eine kleine Einführung bekommt. Hä? Ich mach das selber nicht. Hä? Wieder? Was ist denn da los? Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Alter Schwede. In Hardline bist du da so durchgerannt? Wir haben die Oberhand. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Ich bin grad ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Also... Irgendwann ist da grad ganz komisch. So. Wir nähern uns jetzt D. Da ist ein Minik. So, komm kurz. Die Scheiße ist es natürlich nicht, ne? Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Ja, warum sind die Leute? Ein feindliches Luftschiff ist unterwegs. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Ja, das kann doch nie wahr sein. Ich bekomme hier nix mit von der Welt. Scheiß drauf, weißt du was? Ich geh jetzt einfach weiter. Ich sollte vielleicht gleich, wenn ich tot bin, meine Kamera ein bisschen verschieben. Ein feindliches Luftschiff ist eingetroffen. Haben sie eiskalt eine Behmut geflüchtet? Doch, ich glaube nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Darf ich wieder mitspielen jetzt? Ey, ich hab noch... Boah, das ist scheiße, wenn man das so lange nicht spielt, ey. Das ist ja mal richtig kacke. Ich hab mir bisher noch gar nichts gerissen. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen. Lass mich durch... Boah, du mieses Stück. Jetzt darf ich ihn irgendwo richtig draufhauen, sonst fliegt mein Salat durch die Gegend. Kacke hier. Ich muss das jetzt mir wegstellen. So, jetzt kann ich hier allen Sachen freien Lauf lassen. Ey, nix da. Ja, voran. Es ist hier irgendwo ein Sanitäter. Sani. Ey, Jungs. Was ist denn da los? Ich sag, Sani. Dreimal, zweimal. Ich mein, die... Ich muss es ja nicht immer pinnen. Ne, das steht ja da oben die ganze Zeit. Und der Sani steht hinter ihm. Guckt einen an. 28 Prozent, 25 Prozent. Jupp, eh nicht. Ach, Mann, ey. Juppa, lalala. Das war ja wieder so ein super Spawnpunkt hier. Da hatte ich ja... Mh, das hat sich gelohnt. So ein Scheiß, ey. Endlich wieder Battlefield 1. Ich muss sagen, Battlefield Hardline hat mich online ein bisschen hart gelangweilt. Geil, das ist was anderes, muss ich sagen. Was ist denn das? Was würde ich jetzt da hin? Hätte mich auch gewundert. Das hätte mich ja auch echt gewundert. Ich hätte warten sollen. Ich hätte warten sollen. Aber nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So ein Scheiß. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Scheiße. Ja, gut. Das ist jetzt auch kaum zu übersehen, wenn wir es noch so meinen. Und dann stand er da. Um die Ecke und hau ich weg. Ich glaub's ja nicht. Der Finn. Auch noch. Mensch, Mensch, Mensch. Dabei guck ich alle seine Videos. Der Kliemann, der alte Hauke. Ah, dieses schwule Luftschiff, ne? Wir verlieren Einsatzziel David. Ich bin verwandelt, Sonny. Sonny, Tene. Ach, komm. Wir verlieren Einsatzziel David. Der hätte doch... Och, Mann. So ein Scheiß, ey. Wir verlieren Einsatzziel David. Ey, das stinkt doch hart. Ohne Scheiß, das ist Battlefield 4, aber eindeutig besser hingekriegt. Mit dem... Mit den Spawnpunkten. Da bist du nicht direkt im Verderben gespawnt. Ah. Duftschiff, ey. Was ist das? Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. So eine peinliche Vorstellung. Mann, 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 Mann. Oh je, oh je, oh je. Drei Kits nur gemacht. Alter, wie schlecht. Ich hab doch sieben oder acht Ton oder sowas, ne? Drei Elf. Jawohl. Alles klar. So, aber nur noch eine Runde anfangen lohnt sich leider nicht mehr, liebe Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Nächstes Mal wird länger versprochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.